St. Louis geht aber hier am rumradchen davon. Ah kaputt! Das war's für heute. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Vielen Dank. Ach, sieh alle kaputt! Gott, wie sich das Ding in die Kurve legt. Wieso brennst du? Weil ich brenne, ich mach ein Lagerfeuer, siehst du das nicht? Ach so, Barbecue. Hm, anderen Ding. Ach, haben wir uns aber gut gehalten, ja? Ja. Und wie lange noch bist du im nächsten Träger? Warte. 4300. Hattest du nicht mit dem Premium-Schiff noch schon gefahren? Ja. Du hast doch Tokens, oder? Versuch mal die EP umzuwandeln, vielleicht hast du dann ja weniger. Nee, ich hab 412 EP. Oder? 662 EP kann ich umwandeln. Oder? Okay. Nee. Nee. Nee, all Warships 265. Ach so. Ja. Also nicht so der Burner. Nee. Nee, nicht so wirklich. Nee, nicht so wirklich. Boah, einer geht noch. Geht schneller als erwartet. Na dann. Ja. Ja. Ja, sofort. Ja. Ja. Ja, sofort. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Group 3, ready. Group 2, airborne. So, schauen wir doch mal. Ich bin immer noch so gewöhnt von Navy Field, Torpedos auf T zu haben. Ich bin immer auf T durch, statt auf 3. Ich bin immer noch so gewöhnt. Was natürlich auch geil wäre, wenn ich jetzt ein Schiff hätte, was mehr Jäger hat. Dann könnte ich die gegnerischen Bomber alle abschießen. Das wäre doch jetzt geil. Schau mal, was da alles an Bombern rumfliegt. So, was auch zu einem Japsen-Träger gegen dich. Die haben allgemein viel... Schiff, wir sind in der Mitte. So, was das? So, was das? So, was das? So, was das? da ist der träger er hat gemerkt er hat mir seine abfangjäger hinterher viele hat er aber nicht mehr fliege über mich rüber bin ich schon dabei einer weniger zwei noch nur noch einer alle weg alle abgeschossen ich fliege jetzt einen Angriff auf den CV da ist er er fährt los wo 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 ahahahahaha lol ich hab ihn wieder ich hab ihn Munitionslager es explodiert Sorry Das war nicht beabsichtigt Ich wollte ihn nur eigentlich anzünden, dass er keine neuen Jäger startet Macht nichts Lieber einen weniger als Gegner Ja Dafür werden halt deine Dinger geschossen Hat keine Muni mehr, wenigstens eine hat jeder noch Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Jetzt mal gucken Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Da ist er Da ist er Der hat auch noch Bomber, ne? Ja Der andere hatte die Fighter, der gestorben ist Ne, gar nicht, die Potch hat die Das ist ein Vogel, warum rammt der mich? Pfff Detonation Fick dich ins Knie Ja, ich hab das Gefühl, die Ubari explodiert selbst Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Jetzt mal gucken, wo der andere Träger ist Ah, ich hab das Gefühl, wie der andere Träger ist